Frau Hartzheim, früher wurde das Risiko anhand von Assessments eingeschätzt. Jetzt habe ich gehört, das macht man nicht mehr. Stimmt das? Genau, seit der letzten Aktualisierung ist das weggefallen. Die pflegefachliche Einschätzung durch die Pflegefachperson bestimmt jetzt das Risiko. Denn das oberste Gebot ist es, dass unsere zu Pflegenden keinen Dekubitus entwickeln. Und wie, das erkläre ich Ihnen jetzt. Hallo, ich bin Florence Hartzheim, ich bin Altenpflegerin und Ausbildungskoordinatorin. Im Schnitt betreue ich über 120 Auszubildende. Es beginnt mit der Frage, wie entsteht ein Dekubitus? Und ganz klar, Zeit, Druck und Disposition. Druck, denn durch die Liegefläche beziehungsweise können sogar Falten im Bett zu Druck führen. Aber erst, wenn der Druck über einen langen Zeitraum anhält, besteht die Gefahr eines Dekubitus. Bei der Disposition sprechen wir von Risikofaktoren, wie zum Beispiel Fieber, Inkontinenz, Adipositas, Diabetes oder Mangeldurchblutung begünstigen einen Dekubitus. Im nächsten Schritt ist zu schauen, welche Aspekte im weiteren beachtet werden müssen. Dazu zählt die Mobilität, also inwieweit ist der zu Pflegende mobil beziehungsweise immobil. Die Gehfähigkeit, aber auch die Frage, ist der zu Pflegende mobil im Rollstuhl. Im nächsten betrachten wir den Hautzustand. Welchen Hautzustand hat der zu Pflegende? Das ist immer individuell. Einige Menschen können lange liegen bleiben, ohne eine Rötung zu entwickeln. Andere haben schon nach wenigen Minuten eine Rötung. Und der letzte Punkt ist der Transfer. Ist der zu Pflegende in der Lage, sich eigenständig umzusetzen? Aber auch, kann der Mensch einen Positionswechsel im Liegen durchführen? Die nächste Frage ist, welche Körperstellen sind gefährdet? Denn je nach Aufliegefläche hat der Pflegende unterschiedliche Flächen, die besonders Dekubitus gefährdet sind. Jemand, der überwiegend auf dem Rücken liegt, hat eher kein Risiko, am Jochbein einen Dekubitus zu entwickeln. Nun ist es wichtig, erste Maßnahmen zu ergreifen. Nach der Einschätzung erfolgt eine Hautbeobachtung der gefährdeten Stellen. Bei einer Rötung wird der Fingerdrucktest angewandt und dieser kann jeder an der Pflege beteiligten Personen bereits durchführen. Bei einem negativen Fingerdrucktest wird die Rötung weiß, wenn man mit dem Finger auf diese drückt. Bleibt die Rötung rot und lässt sich nicht wegdrücken, sprechen wir bereits von einem positiven Fingerdrucktest und jetzt sind sofortige Maßnahmen einzuleiten. Und hier geht nichts über die Druckentlastung. Ansonsten sind Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe nach der fachlichen Einschätzung des Risikos und der gefährdeten Stelle zu planen. Es ist individuell, in welchem Intervall der zu Pflegende positioniert werden muss. Sollte eine Rötung dennoch auftreten, müssen weitere Maßnahmen von der Pflegefachperson ergriffen werden und es muss umgehend ein Arztkontakt hergestellt werden. Weitere mögliche Hilfsmittel können Weichlagerungsmatratzen, Gelkissen oder Wechseldruckmatratzen sein. So, das waren jetzt die wichtigsten Punkte bzw. Aspekte, kurz und knapp. Jetzt sind Sie wieder up to date und haben Ihr Wissen gut aufgefrischt. Wenn Sie nun noch mehr wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen diesen Kurs. Vielen Dank.